Hallo, Rolf Töteteke mit einem neuen Video. Ja, mal wieder was zum Thema Marvel. Also gestern war ich im Kino gewesen und habe den Film Internals gesehen. Und ja, da kommt halt eine Mit-Könnte-Ziehen und eine Post-Könnte-Ziehen. Und da ich um die Comics halt nicht so bescheuzt und die ganzen Comic-Charaktere nicht so kenne, schaue ich mir halt immer YouTube-Videos an, wo Leute, die sich mit den Comics halt so gut auskennen, die Sachen erklären und so. Und das finde ich auch sehr hilfreich, weil ich da halt nicht so die Kenntnisse zu haben. Und dann, nach den Videos, dann weiß ich, diese Post-Könnte und Mid-Könnte-Ziehen halt besser einzuordnen. Und welche Bedeutung das weiterhin für das MCU haben könnte halt. Ja gut, kurzes Video und ich würde sagen bis zum nächsten Mal.